Der Mann, zu dem wir jetzt schalten, ja, der ist ein Drittel der Band Biffy Clyro. Und die guten Nachrichten, es gibt ein neues Album, hier schon mal die erste Single, Instant History. Wir schauen so ein bisschen zurück aufs Leben und sagen, was wir daraus gelernt haben. Das war Late Night Berlin, schön, dass ihr da wart. Und jetzt Simon Kickett, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.